Heute gibt's Champignon Paprika Ragu mit Serviettenknödel, sieht ja nicht lecker aus. Und den habe ich diesmal mit Laugenbrezel gemacht, also Laugenbrezel-Serviettenknödel, dazu noch Brokkoli. Also der Serviettenknödel, der ist echt, glaube ich, super gelungen. So, und wenn man den kochen will, dann muss man den gar nicht in eine Serviette packen, sondern da kann man den auch in Frischhaltefolie wickeln und kochen, das geht. Das ist ein Tipp für Serviettenknödelkocher, also ehrlich. So, guten Appetit.